Die Fahrbrücke bei Schobhofen, über die Ruhr, auf haben wir jetzt die Rübelle. Opsa, eine Ampel, da müssen wir jetzt warten. Wie es sich gehört, bei Rot muss man warten. Naja, Harabrücke, Straße, so ein Zwischending. Das dauert und dauert. Darf sehen wir doch. Kleineren Gang halt. Oh, da hinten ist auch schon. Ein Baumallee. Oder einfach Allee. Was wir setzen? Und da aber. Einmal die Ruhe nach da und einmal die Ruhe nach da. Und das sehen wir da. Das ist eine Gans. Kein Schwan. Vielleicht ist das die Gans, die wir schon mal gefühlt haben. Die will zusammen mit dem Schwanger. Ja. Oder was mit Kanada dann? Die anderen. Ich weiß es nicht. Na gut. Weiter. Tschüssi. Jetzt haben wir hier einen Hut. Und da ist ein Wasserbinder. Und jetzt haben wir hier einen Hut. Gut. Na gut. Da hinten ist eine Burg. Oder sowas. Ich bin jetzt noch mal, Wirkliche. Das ist noch ein. Aberkarte. Wirkliche. Bis unseres. Vielen Dank.